Der eine ist ganz zu und der zweite ist über die Hälfte auch mit Rettrollen. Naja, dann darf noch mal der nächste Wege kommen. Dann wird es schön so runter, das Wasser. Schön und dann wundern sie sich runter, dass so viel Wasser oben runter kommt. Was sei es mir das? Hm? Was sei es mir das? Der gehört halt einmal wieder rausgeputzt. Da gibt es kein Hochwasser da unten. Genau, das sind die Leute, die gab es. Ich bin noch dran, aber ich weiß es mir das. Vielen Dank.